Moin Leute und herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Folge von LFB10 äh mit dem Dienststoffe sag was Hallo Florian so Schafbestand 12 äh Produktionsfähigkeit 89 Wolle haben wir immer noch 15% Ja Gülle Grube haben wir 115 immer noch Äh Ja Sauberkeit 0% Wasser Heu Grasbaum äh Meer Warte mal gut Moment Moment Irgendeinen Traktor Ich meine So irgendeinen Traktor Äh He Als ob man da sich durchflüssen kann Äh Florian Kannst du einmal hier irgendwas aufmachen? Ja warte ja 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 Danke Und äh Einmal zu und Dann Frau Dahinten noch Kleine Vielen Dank Ich bin auf dem Weg Ich bin auf dem Weg Danke, das reicht Das reicht schon Vor allem war nur das hier Dass ich ein bisschen was zu essen geben kann Für den Tieren Weil ich ja da ein bisschen Spaß mit Freimachen soll Ist da noch Gas drin? Nö Warum Ja Weil du bräuchtest was Um halt was zu haben Ja Hab ich doch gerade gesagt Scheiße Geht das auch? Ach Bitte Vor allem das ist ganz schnell krass Hab ich das jetzt angeschaltet? Ey was war ich da? Ja du hast noch nicht Du hast noch nicht abgesenkt Achso Äh Richtig Ja Ja Jetzt hab ich auch auf einmal 15% Ja Zeig dir das auch als Gras an? Naja Irgendwie als Etwas Sag ich nur dazu Beschreibe doch mal dieses Etwas Kannst du mein Video schauen, wenn ich das veröffentlicht habe? Ja ich würde nur gerne wissen, ob das jetzt schon zu äh Dings geworden ist, also zu Stroh oder noch nicht Geh mal rein, dann kannst du selbst gucken Okay, danke Ist das etwas? Ich hab jetzt 1% erst rein, wow Ey das reicht eigentlich schon Da passt eh nicht viel rein 1% 1% hatte ich eigentlich schon alles voll Ich fahr einmal noch 4 drüber Ich sammeln bisschen da was ein 4 3 3 Eigentlich wollte ich hier rücken Genau 1% 2% 1% 2% 3% 3% 4% 2% 1% 4% 4% 4% 4% 1% 2% 2% 3% Okay, also das Heu müsste jetzt eigentlich fertig sein, so wie ich das jetzt da gelesen habe. Das müsste jetzt eigentlich schon Heu sein. Das ist schon Heu. Ja, so wie ich das jetzt gelesen habe, muss man das nur einmal umdrehen und dann ist das eigentlich schon fertig. Damit hatte ich jetzt eigentlich nicht gehört, aber gut. Als ob das so schnell geht, Heu. Ja, so wie das da steht, ist das jetzt so. Ich werde es mal ausprobieren. Ich mache einfach mal hier die eine dran und dann probiere ich das mal aus. Die Ballen, das ist einfach mal dran. So. Die Schafe haben auch was zu essen. Fast voll. Reicht erst mal. Oder ihr Schafe? Ich habe jetzt ein, zwei, drei, vier, fünf Schafe, die ich sehe. Warte. Eins, zwei, drei, vier, fünf, ja, fünf Schafe sehe ich gerade. Und Wolle ist jetzt immer noch 15 Prozent, Alter. Bei zwölf Schafen läuft nicht irgendwie. Nicht so ganz, ne? Nee. Ich weiß aber nicht, was los ist. Kann man die auch per Hand scheren irgendwie? Nein. Wäre eine lustige Funktion, aber geht leider nicht. Doch, als Mod könnte man das machen eigentlich. Nein. Gibt's auch nicht als Mod. Dann haben die das noch nicht programmiert, schade. Hätten aber die Modder mal machen können. Wäre doch ein ganz geiler Mod. Dann kannst du den zeigen. Ach, den lasse ich. Den leh. Ja, ich komme hier gar nicht vor, wer ist. Ja, ich leh deswegen auch nicht. So, jetzt. Und, voll schon geworden? Ja. Ist das jetzt voll oder ist das nicht? Boah, nee, das ist mir einfach scheiße zu. Konntest du das jetzt mitnehmen oder nicht? Ja, du kannst aber auch Gas damit aufnehmen. Jetzt fahr doch mal. Boah, was ist denn das? Wegt mich schon wieder auf. Das ist einfach nie neu. Nee. So ein Normalspieler. Superflüssig, ne? Ja, was ist das jetzt eigentlich? Gas oder Heu jetzt? Das müsste eigentlich schon Heu sein. Was da steht. Aber ist nicht Heu so gelbmäßig? Ja, da stand, dass es einfach nur, dass das Heu hier einfach nur ein bisschen heller ist. Ist es ja. Und nicht so saftig. Also nicht so ein saftiges Grün, wie wenn du jetzt das Gas schneidest. Und so sieht das jetzt ja auch aus. Relativ. Als ob ich jetzt mich irgendwo festgefahren habe. Nein, warum komme ich jetzt hier nicht rein? Ich komme nicht vorwärts. Ey. 4, 3, 4, 2 kmh. Ich passt aus. Und die kommen hier gar nicht rein. Mit dem Anhänger. Irgendwie passt der wieder nicht. Gerade hat sie die ganze Zeit gepasst. Ist das was denn nicht? Das ist kein Stroh. Nein. Das ist Heu. Äh, hast du. Ja, ist doch. Ja, und wie macht man Stroh? Was kriegst du von den, äh, wenn du jetzt zum Beispiel Weizen an, also nicht, ähm, ach, wie heißt das, äh, ja doch, Weizen oder Gerste anbaust. Ja, aber dann. Und das dann fest, dann kriegst du Stroh. Ja, aber dann kannst du doch jetzt dann Ballen machen, oder nicht? Natürlich habe ich jetzt den Ballen gemacht. Wo ist der? Der liegt hier, direkt neben mir. Warte, dann bleib mal da. Dann weiß ich auch, wo der ist. Dann komme ich mal mit dem Ballen. Ach, das kann doch jetzt nicht sein, hier. Als ob die jetzt tatsächlich Stroh brauchen. Ich weiß das. Das heißt, wir müssen Weizen anbauen. Ja. Aber das jetzt können wir für die Schafe zum Beispiel verwenden. Ist das auch für Rundbein? Das ist ein Rundbein. Ja, ist das auch für Rundbein, was du da hast? Das sieht mir nämlich, nein, nein, das ist es nicht. Nein, das wirst du nicht, das geht nicht. Hast den Falschen gekauft. Schon einen für Rundbein kaufen. Gibt es für Rundbein auch noch einen? Ja klar, es gibt zwei im Shop. Als ob, Alter. Oh, warte mal. Jetzt bin ich, Junge, ich bin... Das ist bei Ballentechnik direkt der Dritte. Der Dritte? Ein... Ja, der Dritte. Wie sollen wir den... Ja, komm, weißt du was? Leck mich doch. Was? 39.000. Nee, den hol ich nicht. Ist ja teuer. Wohl R-Tel. Ja, dann kannst du die auch nicht aufsammeln. Nee. Ja, dafür hab ich doch ne Ballengabel. Doch, ne. Dafür hab ich ne Ballengabel. Ja, dann kannst du den eigentlich verkau... Oh, Scheiß. Kannst du den eigentlich verkaufen, den du jetzt da hast, ne? Äh, nein. Warum denn nicht? Ach ja, der eine macht ja immer... Oh, nein, da hab ich ja grad nicht... Oh, warte mal, wir bissen das jetzt. Ich bin durch, ich bin durch schon. Kann ich mehr fahren. Nee. Ganz ehrlich, wenn ich vielleicht hier mit Spielen bin, Und dann lese ich erst mal Stunde zwei. Na, dann verkauf ich den einen und dann verkauf ich den anderen. Das ist eigentlich voll die umgelobene Sache, die ich jetzt mache. Dann hol ich den mal ab. Verkaufen für 51.000. What the heck it. Okay, und stop, geh ich dann auch mal drauf, auf 1, 2, 3. Hä? 39.000, Klasse, ja. Ja, ich bin jetzt grad am gucken, was jetzt da alles los ist. Ja, bitteschön. Ich müsste jetzt da sein. Wow, ey, was da manchmal steht, also, äh, das ist dafür da und da. Nee, wäre ja nie... Ja, hast du das noch nie gelesen? Nein, ich meine, äh, bei den einen, bei den Ballentech... äh, Ballentechnik, äh, das erste Außen, äh, Anhänger, von Fliegel. Gehst du da drauf, ein Ballenwagen dient für allen den Transport vom Ballen. Wow, wäre ich nicht drauf gekommen, ey. Du bist auch auf andere Sachen nicht gekommen, die eigentlich logisch sind. Äh... Dass man zum Beispiel für eine Maschine, die Rundballen produziert, auch einen Ladewagen, wo auch der Rundballen aufnimmt. Junge, ich wusste doch gar nicht mal, dass der Rundballen macht. Hab ich gar nicht mal draufgekommen. Ja, da steht, da steht er aber bei. Ja, denkst du, ich lese mir das durch? Jetzt gerade hast du es dir auch durchgelesen. Ja, da mal. Das war aber das erste, ja, das dritte Mal, ja. Ja, man schmeißt das schlauer, wenn man das erst durchgelesen kann, dann irgendwas drauf. Halt die Rundschneider. So, dann hau ich nach. Jetzt hau ich, ich bin. Den... Boah, jetzt bin ich gerade am überlegen, was ich für ein Auto brauche. Oh Gott, oh. Oh Gott. Oh Gott. Wir sollten jetzt als erstes mal wieder Dings anbauen Gerste oder Weizen Wenn jetzt sowas gleich rüber gehen Gut, dass du das noch offen hattest Das ist einer Einer von dem Es sei nicht. Es sei nicht. Es sei, bitte, es sei. Hab ich keinen Bock auf allen Größen, aber zu gucken. Ich hab einen, ich weiß das. Es sei nicht. 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 Ja. Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Ja, ich hab sie, ich hab sie. Hier, komm, leg sie dahin. Und fertig. Oh, das ist mein Fahrzeug hier, ist dann. Sag, so schnell geht das. Ja, dann hol doch mehr. Oder lohnt das nicht? Ja, wir sollten als erstes mal jetzt wieder Weizen anpflanzen. Oder Gerste. Um Stroh zu machen für die Schweine. Ja, können wir machen. Ja, müssen wir machen. Sonst haben die nichts zu essen. Ja, dann bin ich halt so. Dann sind die Arme. Geht das da mit dem... Äh, du hast ja einen Traktor. Kannst du das eine große hier gleich holen? Hol ich es dir? Es ist sehr schwierig zu erkennen, wo du gerade stehst, weil man hier nichts außer grün sieht. Grün und gelb, meinst du? Komm. So, siehst du... Nein, die Hallen, die sind alle grün. Hier so. Wo ich jetzt gerade für eine ganze Zeit wackelt. Ja, was soll ich hier holen? Äh, das... Als ob der Heber hofft, nicht... Weg... Ja, was ist der da? Weg, hab ich gesagt. Ja, ja, und so. Oh, du kannst das Ding nochmal rausholen, weil der hier ist nämlich komplett leer. Ja, nee, hat mich gerade vor, Junge. Aber es ist ziemlich schwer hier, weil der Imi sich immer festpackt mit den Gabeln und so. Erstens und zweitens, weil ich hier zu viel einfach nebeneinander stehe, auf dem engen Raum. Wir brauchen bald ein extra Teil nur für Lager, sag ich mal, und das mach ich auch bald. Ja, als ob das jetzt da nicht drauf geht. Ne, mir reicht es. Ich bin jetzt für dich versuch. Ich komm hier nicht mehr weiter. Alter, ich frage es dir jetzt. Ich kenne den da so, wie... Alter. Jetzt geh doch rein, um das scheiß Moloch, Alter. Heute nicht mal der Harald. Wie weit soll ich noch daneben stehen, Alter? Ja, die eine Palette bekomme ich, aber die große Palette, die ich haben möchte, nix. Alles klar. Alles klar. Jetzt fliegt das hier auch noch rum. Ja, klar, lass mich doch am Arsch. Ey, lass mich. Ne, weißt du... Diese Scheiß-Moloch-Sache, werd ich gleich alles abkaufen hier. Na, wie ist das? So, weißt du was? Jetzt reißt mir. Jetzt reißt mir wirklich gleich. Alter, wenn du jetzt noch einmal aufregst, sag ich dir, ich verkaufe dich jetzt gleich so was von. Eigentlich, warum hab ich das noch? Verkaufen, verkaufen, wo ist das zu verkaufen? Verkaufen, so. Verkaufen, so. Fertig. Nächstes da ist zu verkaufen, ja. Jetzt regt mich nicht mehr auf. Endlich. Scheiß-Moloch-Farben. Alter. Jetzt steig ich auf. So, und jetzt schön mit Schmackes da rein, Alter. Ja, jetzt funktioniere. Bitte funktioniere. Halte einfach, halte einfach. Wenn du jetzt nicht fällst, dann raste ich sowas von außen. Das wackelt, aber siehst du, wie ich wackele? Ja. Darf ich das eigentlich so sehen? Geht das automatisch aus, oder will ich dann auch nicht? Äh, ist das auch das Richtige? Ja, ist ja. Nö, hä? Dann hast du das Falsche. Das ist aber das... Das ist Flüssig. Das ist Flüssigdünger. Warum packst du denn hier Flüssigdünger rein? Ich wusste gar nicht, dass es hier reinpasst. Hä, hä, hä. Oh Mann. Nee, weiß nicht was, ich kann nicht mehr. Oh Mann. Junge, ich köpfe mich ganze Zeit mit dieser Scheiße. Und dann auch... Du hättest einfach nur hier das Blau und das Grüne nehmen müssen, ne? Danke, danke, danke. Wollte ich nur mal so sagen. Weißt du was, darfst du selber machen. Nee, ich komm nicht mehr bei dir. Nee, lass mal. Nee. Hab ich mich ganze Zeit um diese Scheiße gemacht und dann auf einmal... Nee, das ist das Falsche. Boah. Kämpfst du auch mal drei Stunden mit dieser Scheiße rum? Dann wird alles wahr. Ja, lass ich... So. Und wenn das jetzt das Falsche ist, dann rass dich. So, einmal das Blau, wenn es geht. Höchst mich, dann mal bitte. Einmal bitte das Blau. Bitte. Ey. Scheiß Gabel. Jetzt geh doch mal. Gabe, geh jetzt rein. So, jetzt, wenn das jetzt nicht alternatet. Dann rass dich jetzt auf. Aber jetzt ist schon mal offen wieder. Das geht automatisch auf. Alles, auf das jetzt! Nee. Nee. Schneider, ich finde nur gemein. Also, 25 Liter sind schon drin. Nee, weißt du was, das darfst du jetzt machen. Ich hatte es auf der Grase und auf einmal fliegt dieser Scheiße runter. War da wieder der Harald unterwegs? Nein. Was ist denn das hier? Nee, dieser Harald hier. Der reicht mir jetzt. Jetzt darfst du das machen, weißt du. Ganz ehrlich. Ich komm mir nicht klar. Ich krieg's ja einfach nicht mal klar. Ich krieg's dieser Scheiße nicht. Das, kannst du das mal machen? Florian, kannst du das mal machen? Was? Kannst du das anmachen? Schwierig. Junge. Ich kann das doch selbst nicht. Mehr als du. Ja, denkst du, ich kann das? Ja, trotzdem. Du kannst es, glaube ich, vielleicht besser als ich jetzt. Weil ich komm gerade mit den Nerven gar nicht ab. Damit klar. Bin die ganze Scheiße auf einmal geht das weg? Ja, alles, alles. Auf, nicht, alles. Salz, auf. Aber Kopf hoch. Aber Kopf hoch. Alter, du. Nee, ich würde das nicht nehmen. Nee. Na, meine. Mach das doch einfach wieder auf. Lass dich daran so stehen. Ey, das geht automatisch doch auf. Ja, nein, eben nicht. Hey, ich hab für mich... Ich hab nichts gemacht. Was soll der Scheiß? Nee, 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 lass mal. Mach deinen Scheiß alleine. Ich hab nichts gemacht, Junge. Das macht der Auto... Du hast vielleicht X gedrückt. Nein. Hab ich eben nicht. Nein. So, Steuerung B. Ich drücke... Hä, wie macht man das? Aufklappen. Nein. Nein, das krieg ich nicht. Gerät wechseln, du hier. So. Hä, warum ist das immer noch nicht so richtig zu? Warte mal. Ich drücke den Wechsel und... Wow. Was mach ich da? Ich... Ich seh das einfach hier nur so durch die Scheibe, wie du da gerade komplett hack hast. Ich möchte das dann nur zu machen. Jetzt fielst du. Push. Push. Mach zu. Mach zu. Und wie tritt man die eine Klappe auf? N. N. So, bitte. Gerät wechseln. Ich bin hier dein Nen. Ich bin hier dein Nen. Jetzt sagst du. Wo bist du jetzt eigentlich? Was machst du? So, ich muss jetzt aufhören. Ich muss noch lernen. Ja, ganz zufälligerweise. Jetzt noch mal einmal, hä? Nein, das ist kein Zufall. Meine Mutter hat gesagt, 6 Uhr. Und jetzt ist 6 Uhr. So, dann noch einen schönen Tag. Ja, einen schönen Tag noch. Dann versuch ich mich das Scheiße noch, das weiter zu machen. Ich hoffe, diese Haare hat mal mit. Ich hab es auf der Gabel. Das heißt mir jetzt doch mal. Ja, ja. Alla. What the heck is that? What the heck is that? What the heck is that? Und ich hab nur 90%... 19% erst dann. Ne, ganz ehrlich. Ich mach auch aus. Einmal speichern. Spiel abfraschen. So, ich hör jetzt auch auf. Mir wird das jetzt einfach zu viel. Wenn euch das gefallen hat, lasst ein Like da, ein Abo werdet. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.